Guten Tag, mein Name ist Tino Scherer. Ich bin Betriebs- und Qualitätsleiter bei der Firma Vibraplast in Adorf aus der Schweiz. Als Industriekomponentennetzwerk verkaufen wir seit über 50 Jahren Lösungen für die Schaumstoff-, Kunststoff- und Gummitechnik. In den Bereichen Schwingungsisolation, Gummiprodukte und Kunststoffe verfügen wir über ein breites Produktsortiment. Ein immer grösserer Anteil nimmt jedoch der Kernbereich Schaumstoffe ein. In unserem Hightech-Maschinenpark kommen alle Techniken für die Schaumstoffbearbeitung zum Einsatz. Insbesondere bei der Herstellung individueller Verpackungslösungen auf Schaumstoff kommen die Fräsmaschinen von VHF stets zuverlässig zum Einsatz. Die schnelle Lieferung von Werkzeugen und der unkomplizierte Support im Fall der Fälle lässt unsere Maschinen nie stillstehen. So ist garantiert, dass unsere Kunden stets schnell und flexibel maßgeschneiderte oder besser maßgefräste Lösungen erhalten.